Viertes Kapitel Ein Traum, in dem viel gerannt wird Plötzlich war es Emil, als führe der Zug immer im Kreise herum, wie die kleinen Eisenbahnen tun, mit denen die Kinder im Zimmer spielen. Er sah zum Fenster hinaus und fand das sehr seltsam. Der Kreis wurde immer enger. Die Lokomotive kam dem letzten Wagen immer näher und es schien, als täte sie das mit Absicht. Der Zug drehte sich um sich selber wie ein Hund, der sich in den Schwanz beißen will. Und in dem schwarzen, rasenden Kreise standen Bäume und eine Mühle aus Glas und ein großes Haus mit 200 Stockwerken. Emil wollte nach der Zeit sehen und zog die Uhr aus der Tasche. Er zog und zog und schließlich war es die Standuhr aus Mutters Stube. Er sah aufs Zifferblatt und da stand drauf 185 Stundenkilometer. Es ist bei Lebensgefahr verboten, auf den Fußboden zu spucken. Er blickte wieder aus dem Fenster. Die Lokomotive kam dem letzten Wagen immer näher und er hatte große Angst, denn wenn die Lokomotive gegen den letzten Wagen fuhr, gab es natürlich ein Zugunglück. Das war klar. Emil wollte das unter keinen Umständen abwarten. Er öffnete die Tür und lief auf der Trittleiste entlang. Vielleicht war der Lokomotivführer eingeschlafen. Emil blickte, während er nach vorn kletterte, in die Coupé-Fenster. Nirgends saß jemand. Der Zug war leer. Nur einen einzigen Mann sah Emil. Der hatte einen steifen Hut aus Schokolade auf, brach ein großes Stück von der Hutkrempe ab und verschlang es. Emil pochte an die Scheibe und zeigte nach der Lokomotive. Aber der Mann lachte nur, brach sich noch ein Stück Schokolade ab und strich sich über den Magen, weil es ihm so gut schmeckte. Endlich war Emil am Kohlentender. Dann kletterte er mit einem tüchtigen Klimmzug zum Lokomotivführer hinauf. Der hockte auf einem Kutschbock, schwang die Peitsche und hielt die Zügel, als seien Pferde vor den Zug gespannt. Und so war es tatsächlich. Dreimal drei Pferde zogen den Zug. Sie hatten silberne Rollschuhe an den Hufen, fuhren darauf über die Schienen und sangen »Muss i denn, muss i denn« zum Städtele hinaus. Emil rüttelte den Kutscher und schrie »Durchparieren, sonst gibt's ein Unglück!« Da sah er, dass der Kutscher niemand anders war als Herr Wachtmeister Jeschke. Der blickte ihn durchdringend an und rief »Wer waren die anderen Jungens? Wer hat den Großherzog Karl angeschmiert?« »Ich«, sagte Emil, »wer noch?« »Das sage ich nicht.« »Dann fahren wir eben weiter im Kreise.« Und Wachtmeister Jeschke schlug auf seine Gäule los, dass sie sich aufbäumten und dann noch schneller als vorher auf den letzten Wagen losflogen. Auf dem letzten Wagen aber saß Frau Jakob und fuchtelte mit den Schuhen in der Hand und hatte grässliche Angst, weil die Pferde schon nach ihren Zehen schnappten. »Ich gebe Ihnen zwanzig Mark, Herr Wachtmeister!« schrie Emil. »Lass gefälligst den Blödsinn!« rief Jeschke und hieb mit der Peitsche wie verrückt auf die Pferde ein. Da hielt es Emil nicht länger aus und sprang aus dem Zug. Er schlug zwanzig Purzelbäume den Abhang hinunter, aber es schadete ihm nichts. Er stand auf und hielt nach dem Zug Umschau. Er stand still und die neun Pferde drehten die Köpfe nach Emil um. Wachtmeister Jeschke war aufgesprungen, schlug die Tiere mit der Peitsche und brüllte »Hü! Los! Hinter ihm her!« Und da sprangen die neun Pferde aus den Schienen, sprengten auf Emil zu und die Wagen hüpften wie Gummibälle. Emil überlegte nicht lange, sondern rannte, was er konnte davon. Über eine Wiese, an vielen Bäumen vorbei, durch einen Bach dem Wolkenkratzer zu. Manchmal sah er sich um. Der Zug donnerte hinter ihm her, ohne abzulassen. Die Bäume wurden über den Haufen gerannt und zersplitterten. Nur eine Rieseneiche war stehen geblieben und auf ihrem höchsten Aste saß die dicke Frau Jakob, wehte im Winde, weinte und kriegte ihren Schuh nicht zu. Emil lief weiter. In dem Haus, das 200 Stockwerke hoch war, befand sich ein großes, schwarzes Tor. Er rannte hinein und hindurch und am anderen Ende wieder hinaus. Der Zug kam hinter ihm her. Emil hätte sich am liebsten in eine Ecke gesetzt und geschlafen, denn er war so schrecklich müde und zitterte am ganzen Leibe. Aber er durfte nicht einschlafen. Der Zug ratterte schon durchs Haus. Emil sah eine Eisenleiter. Die ging am Hause hoch bis zum Dach und er begann zu klettern. Zum Glück war er ein guter Turner. Während er kletterte, zählte er die Stockwerke. In der 50. Etage wagte er es, sich umzudrehen. Die Bäume waren ganz klein geworden und die gläserne Mühle war kaum noch zu erkennen. Aber, oh Schreck, die Eisenbahn kam das Haus hinaufgefahren. Emil kletterte weiter und immer höher und der Zug stampfte und knatterte die Leitersprossen empor, als wären es Schienen. Hundertste Etage, hundertzwanzigste Etage, hundertvierzigste Etage, hundertsechzigste Etage, hundertachtzigste Etage, hundertneunzigste Etage, zweihundertste Etage. Emil stand auf dem Dach und wusste nicht mehr, was er beginnen sollte. Schon war das Wiern der Pferde zu hören. Da lief der Junge über das Dach hin bis zum anderen Ende, zog sein Taschentuch aus dem Anzug und breitete es aus. Und als die Pferde schwitzend über den Dachrand krochen und der Zug hinterher, hob Emil sein ausgebreitetes Taschentuch hoch über den Kopf und sprang ins Leere. Er hörte noch, wie der Zug die Schornsteine über den Haufen fuhr. Dann verging ihm für eine Weile Hören und Sehen. Und dann plumpste er, krach, auf eine Wiese. Erst blieb er müde liegen mit geschlossenen Augen und hatte eigentlich Lust, einen schönen Traum zu träumen. Doch weil er noch nicht ganz beruhigt war, blickte er in dem großen Haus hinauf und sah, wie die neun Pferde oben auf dem Dach Regenschirme aufspannten. Und der Wachtmeister Jeschke hatte auch einen Schirm und trieb damit die Pferde an. Sie setzten sich auf die Hinterbeine, gaben sich einen Ruck und sprangen in die Tiefe. Und nun segelte die Eisenbahn auf die Wiese herab und wurde immer größer und größer. Emil sprang wieder auf und rannte quer über die Wiese auf die gläserne Mühle los. Sie war durchsichtig und er sah seine Mutter drinnen, wie sie gerade Frau Augustin die Haare wusch. »Gott sei Dank«, dachte er und rannte durch die Hintertür in die Mühle. »Muttchen«, rief er, »was mache ich bloß?« »Was ist denn los, mein Junge?« fragte die Mutter und wusch weiter. »Sieh nur mal durch die Wand!« Frau Tischbein blickte hinaus und sah gerade, wie die Pferde und der Zug auf der Wiese landeten und auf die Mühle loshetzten. »Das ist doch Wachtmeister Jeschke«, sagte die Mutter und schüttelte erstaunt den Kopf. »Er saust schon die ganze Zeit wie blödsinnig hinter mir her.« »Na und?« »Ich habe neulich dem Großherzog Karl mit der schiefen Backe auf dem Obermarkt eine rote Nase und einen Schnurrbart ins Gesicht gemalt.« »Ja, wo solltest du denn den Schnurrbart sonst hinmalen?« fragte Frau Augustin und prustete. »Nirgendshin, Frau Augustin. Aber das ist nicht das Schlimmste. Er wollte auch wissen, wer mit dabei war. Und das kann ich ihm nicht sagen. Das ist doch Ehrensache.« »Da hat Emil recht«, meinte die Mutter. »Aber was machen wir nun?« »Stellen Sie mal den Motor an, liebe Frau Tischbein«, sagte Frau Augustin. Emils Mutter drückte am Tisch einen Hebel herunter und da begannen sich die vier Mühlenflügel zu drehen. Und weil sie aus Glas waren und weil die Sonne schien, schimmerten und glänzten sie so sehr, dass man überhaupt kaum hinblicken konnte. Und als die neun Pferde mit ihrer Eisenbahn angerannt kamen, wurden sie scheu, bäumten sich hoch auf und wollten keinen Schritt weiter. Wachtmeister Jesch gefluchte, dass man es durch die gläsernen Wände hörte, aber die Pferde wichen nicht von der Stelle. »So, und nun waschen Sie mir meinen Schädel ruhig weiter«, sagte Frau Augustin. »Ihrem Jungen kann nichts mehr passieren.« Frau Friseuse Tischbein ging also wieder an die Arbeit. Emil setzte sich auf einen Stuhl, der war auch aus Glas und pfiff sich eins. Dann lachte er laut und sagte, »Das ist ja großartig. Wenn ich früher gewusst hätte, dass du hier bist, wäre ich doch gar nicht erst das verflixte Haus hochgeklettert.« »Hoffentlich hast du dir nicht den Anzug zerrissen«, sagte die Mutter. Dann fragte sie, »Hast du auf das Geld gut Obacht gegeben?« Da gab es Emil einen riesigen Ruck und mit einem Krach fiel er von dem gläsernen Stuhl herunter und wachte auf.